Ich glaube, du musst erstmal hier drauf, vielleicht. Tretet nicht darauf, das könnte gefährlich sein. Oh, du musst jetzt schnell zum nächsten laufen. Hä? Oder? Ah! Ah, jetzt verstehe ich das. Hast du das auch verstanden? Ja, wir laufen jetzt in... Mach du das, bitte. Ich kapiere das gerade nicht. Hä, das ist ja seltsam. Nachdem es kurz aufblinkt, da hat es sich gleich abgeschaltet. Nee, nicht ganz. Ah, es hat gereicht, dass wir das aktivieren konnten, okay. Okay, also ist mein wirres Rumlaufen richtig gewesen. Ach, halbwegs, ja. Was macht das denn hier? Habt ihr etwas getan, Cyrus? Ach, tatsächlich. Ich habe nichts gesehen. Als ihr auf das Ding getreten seid, hat es sich abgeschaltet. Genau. Wenn das ein Rätsel war, war es ziemlich dürftig. Die Rätsel dieser Anomalie haben mich bisher noch nicht beeindruckt. Naja, weil du sie auch nicht gesehen hast. Boah, ich finde das richtig cool hier mit dieser Anomalie. Das ist tatsächlich eine saugeile Idee. Das ist aber extrem eklig. Jetzt darf ich doch wieder spielen, oder was? Ja, mach mal ein paar Minuten. Hm. LOL. Guck mal. Ja. Boah, wie cool ist das denn? Ja, nicht auf die Treppe. Ja, ich kann aber auch hier nicht stehen. Ich kann nur auf diesen Plattformen stehen. Kannst du dich darüber jagen? Hä? Ja. Ich kann nur auf den Plattformen stehen. Ah, vielleicht so mit. Was tust du? Ich will mich umschauen. Ich will es verstehen. Ich will überlegen. Dann fällst du ins Wasser? Wenn du von da aus das machst? Ach, ich bin auch so dämlich. Hier ist doch eine Treppe einfach. Oh Gott. Äh... Weil jetzt bin ich einfach eine Ebene tiefer. Siehst du das? Ja. Boah, das war echt tricky. Ja. Das ist echt... Hier muss man übelst umdenken. Krass. Oh, das sieht nach... Mit einem Rätsel aus. Ja. Warte mal. Wo muss ich... Hier drüben weiß ich nicht. Scheinbar nicht. Keine Ahnung. Hier links ist hier links irgendwas. Hier ist ein Magelit. Da ist ein Magelit. Da ist ein Magelit. Ganz viele Mageliten. Leute, da ist eine andere Zeit. Guck mal die Pflanzen an. Oh. Uh. Krass. Dämonia. Ah, verdammt. Schaffe ich wahrscheinlich nicht. Was machst du denn? Ja, ich komme da sonst nicht rüber. Mit Stufe 1 würdest du es auch schaffen. Ja, egal. Ich habe es schon verkackt. Oh, Mann. Alter. Musst du dich dann vielleicht wieder... Ich glaube, ich habe noch irgendwo was übersehen. Was? Stell dich doch einfach wieder drauf. Ah, nee. Jetzt habe ich es... Ich habe es kapiert, wo das Problem ist. Wo liegt es? Dass es nicht... Dass immer nur drei Exemplare von mir gespeichert sind. Ah. So. So. Was sollte das denn jetzt? Warte. Ich muss jetzt mal abwarten. Ich mache jetzt mal gar nichts und quasi... ...den Neuanfang. So. Wie mache ich das denn? Hier am besten... Und jetzt mit dem dritten unten die Dinger. Und jetzt mit dem dritten unten die Dinger. Aber ich sehe keine Scherben. Schon wieder ein ungelöstes Rätsel. Diese Stufe ist viel zu einfach. Man muss bloß auf diese Dinger treten und schon öffnet sich die nächste Passage. Ich will mich ja nicht beklagen. Wenigstens stehen wir dieses Mal nicht unter solchem Zeitdruck. Ja, genau. Genau, meine Liebe. Er war eine Truhe. Ja, zu der will ich ja hin. Siehst du, zu der muss ich mich jetzt hier runterarbeiten. Hier. Du musst den schlagen. Du hast Ritka. Ich gucke gerade, wie ich den... ...kaputt machen kann, hier. Da, siehst du? Bin ich schon eine Ebene tiefer. Kannst du nicht einfach runterspringen? Nee, kann ich nicht. Ich muss schon gucken, wo ich mich... ...weiter runter bewegen kann und wo nicht. Ich muss mich Stück für Stück runterarbeiten, wie du siehst. So, dann muss ich da drüben gehen. So, dann muss ich da drüben gehen. Ach, okay. Verdammt, das war falsch. Aber wie komme ich dann hier runter? Wie komme ich hier runter? Ja, was ist hier rechts? Hier rechts ist nichts. Aber vielleicht so, oder? Ähm. Was sollte das denn jetzt? Nee, ich glaube, ich muss von hier. Jetzt auf den schießen. Nein, der ist zu hoch. Die haben verschiedene Höhenpassagen. Springen und während des Sprungs. Ich habe vergessen, dass ich diesen komischen Links-Mode habe. Was? Oh. Ich habe die erste Truhe, die Nageliten aktiviert hat, gefunden. Ach, du grüne Leune. Das heißt, es gibt hier noch... Da ist eine Treppe. Stopp, zurück! Hier ist eine Treppe. Oh, Tatsache. Das wird ja immer komplizierter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel jetzt sich nochmal so ausweitet. Ja, das ist schon tricky. Zu spät. Nee, weil wenn ich hier mache, dann... Okay, auf der Ebene ist vielleicht richtig. Da drüben war die Truhe. Da ist die Truhe. Äh, habe ich gar nicht gesehen. Ah ja, jetzt. Aber wie komme ich zu der hin? Boah, ich wäre fast runtergefallen, ne? Kannst du auf den Baumstamm springen? Oder, das war ja jetzt kein Baumstamm, das war ein Stein. Das war aber falsch. Hä, warte, wo muss ich denn hinklettern? Ah! Ja. Aber das reicht. Super, Ruka, super. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Achtung. Ach, Mist. Komm schon. Boah, das ist echt tricky. Und das zeigt sogar die Richtungen an. Das heißt, hier unten muss noch eins sein und oben muss noch eins sein. Alter, das ist echt tricky. Na, komm. Komm schon. Ja, hier ist ja einer. Was hast du denn gemacht? Wieso bist du so rumgelaufen? Warte. Das hat doppelt berührt. Ja, ich... Das darf nicht doppelt berühren. Einmal so rum, einmal so rum und einmal... Weiß ich nicht. Nee, weil siehst du, sonst... Hast du ein Problem. Das ist schwer. Wie soll ich das denn machen? Nein. Nee! Ach, verdammt. Och, Mann. Ja, durch diese komische Biegung. Das ist, weil das so komisch da ist. Nee. Nein, ich bin da wieder rausgelaufen. Och, Mann. Doch, es war richtig. Weil ich konnte gemeinsam mit meinem anderen Ich da langlaufen. Ich war auf dem richtigen Weg. Aber ich muss diese Kurve richtig kriegen. So. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kriege ich es hin. Nein! Du musst gleichzeitig mit dem laufen, ne? Ja, genau. Och, Mann. Da habe ich den Rechtsweg geschafft und dann so war es. So, warte. Ich muss jetzt warten, bis es neu startet. Und dann sofort loslaufen. Ja. Boah. Wie gemein. Oh, sag ich nicht, da kommt noch mehr davon. Anscheinend. Salia wundert sich. Du bist aber ein bisschen leise, du hast sie vorhin lauter gesprochen. Wie sie dachte. Auch ich lange Zeit, was? Ach, wie sie dachte, auch ich lange Zeit, dass man alles erforschen kann. Doch manche Dinge entziehen sich unserem Verständnis. Sobald man das akzeptiert, ist man weiser. Ja, geh wieder rein und lauf. Irritierte Salia. Hallo. Och man, diese Verbiegungen sind echt hardcore. Oh, Kacke. Schlag dagegen. Vielleicht musst du es auspusten. Du bist. Hä? Was muss ich denn tun? Schlag das Ding. Ja, kann ich ja nicht schlagen. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Du musst einen hinlocken, damit du durchlaufen kannst. Alter, wie oft musst du dich denn jetzt töten? Boah, das war knapp. Guck mal, das war auf die letzte Sekunde. Ja.